So guten Morgen zusammen. Heute gibt es mal ein Video aus Bamberg. War mehr oder weniger eine spontane Entscheidung und übernachtet wurde gestern Abend, weil es sehr spät war bei Ankunft hier am Friedhof und jetzt ist es gleich 8 Uhr und ich habe umgeparkt und stehe jetzt hier am Heinrichsdamm auf so einem offiziellen Wohnmobilstellplatz stehen auch ein paar andere. Die Plätze wie ihr seht hier ist es nichts wildes, aber man ist halt nah einer Innenstadt bzw. Altstadt und darum ging es sich die Altstadt hier einfach mal schön anzuschauen. Also wenn ihr mögt könnt ihr gerne mit mir jetzt in das Video starten mit diesem doch tollen Sonnenaufgang. Also es hat ja die ganze Woche geschüttet und es soll auch ab Mittag wieder schütten, aber jetzt heute Morgen ist es echt schön. Es sind sieben Grad und ja man kann es gut aushalten. So die ganze Runde startet jetzt mal hier oben am Domplatz in Bamberg. und es ist unheimlich beeindruckend. Also das sind hier Dimensionen. Leider mit der Kamera, wie es immer so ist, man kriegt nicht alles direkt drauf, aber zumindest hat man schon mal einen guten Eindruck wie das ganze hier so wirkt. Das ist doch wunderschöne Bauten. In der Innenstadt selber auch wieder ganz viele kleine enge Gassen. Ich hoffe, dass ich da so das ein oder andere schöne auch filmen kann gleich. Aber dadurch, dass es so eng ist, ist es halt vom Winkel her oft schwierig. Aber so wie gesagt wunderschön, auch wenn man jetzt hier an so einem Tor ist. Aber reingehen, das zeige ich euch gleich. Jetzt erst mal weiter rein laufen und dann filmen. Jetzt hier durch diesen Nebeneingang einmal rein und dann sieht man hier diese wunderschönen Fachwerkstrukturen mit dem Sandstein darunter. Da diesen umlaufenden Gang und ja, der Baumbestand hier ist natürlich auch schön mit der Bank. Aber diese einzelnen Gauben oben auf den Dächern, die so übereinander angeordnet sind. Ups, gerade in ein Loch getreten. Ich schaue oft hier durchs Kameradisplay und sehe gar nicht, wo ich hintrete. Ist das nicht eine tolle Kulisse hier und im Hintergrund der riesige Kirchturm, das alles hier oben am Domplatz. Und hier hat man noch einen Blick auf die alte Hofhaltung der Stadt Bamberg, was schön ist an dem Torbogen und dann dieses doch im Verhältnis zu den anderen recht kleine, schnuckelige Fachwerkhäuschen. Jetzt geht es in den Rosengarten der neuen Residenz Bamberg. Und hier duftet es ganz extrem nach diesem kleinen Bambus. Ich hätte fast gesagt nach Katzenurin, aber sowas sagt man ja im Video nicht. Klar, wir haben jetzt Mitte Januar, dass hier nichts groß blüht. Ist ja nachvollziehbar, aber unheimlich schön angelegt, auch mit den ganzen Bäumchen hier rund um. Und zur Aussicht kommen wir jetzt gleich auch noch. Ach, auch da im Hintergrund wunderschön. Und jetzt von hier oben kleiner Blick über Bamberg beziehungsweise Altstadt. Und der Bamberger sagt hierzu, glaube ich, das ist die Insel, weil das zwischen dem angelegten Kanal ist und dem Main. Das ist hier wie so eine Zunge, die sich so zieht. Und auf den alten Industrieflächen, wurde mir vorhin gesagt, ist aus diesem Brachland dann irgendwann eine Landesgartenschau entstanden und wäre jetzt wohl auch ganz ansehnlich. Auf jeden Fall wirkt das sehr schön mit diesen ganzen alten Fachwerkhäusern, den geschwungenen oder gebogenen Dächern. Macht einen tollen Eindruck. Wenn es jetzt noch 20 Grad wärmer wäre, wäre es perfekt. Noch mal hier so ein kleiner Schwenk über den Innenhof vom Rosengarten. Da ist in dem linken Teil, den ihr gerade gesehen habt, die Stadtbibliothek drin und auf der anderen Seite war, so wie ich das gesehen habe, Museum. Wunderschön gemacht hier und in Stand gehalten. Gerade wurde ich darauf hingewiesen, dass man hier unten den Main so schön sieht, wenn man dieser Gasse mal den Blick so schweifen lässt. So müsstet ihr ihn auch schon erkennen. Und dort auch ein Hinweis ist das Schlenkerler Rauchbier. Das wäre wohl eine Spezialität hier in Bamberg. Wenn man Bier trinken darf, muss man das gemacht haben. Und zur rechten Seite nochmal ein kleiner Schwenk zu diesem Torbogen, den ich auch wunderschön finde. So, jetzt hier nochmal den Blick oben auf den Berg, wo doch fleißig saniert und restauriert wird. Da kann man nicht groß irgendwie was jetzt sich anschauen, wurde uns auch schon gesagt. Daher sparen wir uns den Gang da hoch wahrscheinlich. Wenn nachher noch viel Zeit ist und das Wetter mitspielt, vielleicht. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Rest dieser wunderschönen Stadt an. Also hier nochmal zur Richtigstellung. In der einen Seite, hatte ich ja gesagt, ist die Bibliothek. Und hier geht es rein zur neuen Residenz, zum Kaisersaal, zu den Prunkapartments, Staatsgalerie und diversen Sonderausstellungen. Ein wunderschönes Gebäude auch. So edel der Prunk über dem Tor ist, aber die Türknäufe, ich denke an, ja Türknäufe wird es wohl heißen, sind doch auch mächtig. So, wie ihr hört, unser Stündlein hat geschlagen. Wir müssen weiter. So, und jetzt geht es einmal in den Dom hier in Bamberg. Hier werde ich jetzt nicht ganz viel quatschen, weil ich finde immer, das gehört sich nicht in Kirchen. So, hier ist die Liegefigur für das Grabmal vom Papst Clemens II. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, die Kopfbedeckung abzunehmen von einem netten Herrn, weil es hier wohl Aufpasser gäbe. Ich dachte, man wollte mir mitteilen, hier darf man nicht filmen. Aber, warum auch immer, mache ich natürlich. Ja, die Aufnahmen wirken gerade ein bisschen dunkel, aber mehr ist hier drin halt nicht möglich. Aber ich denke, man erkennt es trotzdem ganz gut. Also diese vielen Details in den Schnitzereien, bemerkenswert. Das waren schon wahre Künstler zu der Zeit. Hier ist auch einmal das Modell des Bamberger Doms nachgebaut. Wie der Entwurf war. Hier geht es noch irgendwo runter, man sieht nicht viel, aber die Neugier ist ja immer groß. Hier liegt der Heilige Heinrich. Schaut euch das mal an mit den einzelnen Sitzkanzeln an der Seite. Und auch oben der ganzen Decken bis hin zum Kronleuchter. Und auch in die Richtung. Und auf der Seite mit der großen Orgel. Also so ein Dom ist schon Besuch wert. Wie ich immer sage, egal ob religiös oder nicht. Aber sowas sollte man auf jeden Fall anschauen, wenn man da die Möglichkeiten zu hat. Ob es jetzt wegen der Architektur oder dem Glauben ist, das stellen wir mal jedem frei. Auch hier kann man wieder die Kerzen kaufen für eine Euro und anzünden. Wir haben das jetzt auf der gegenüberliegenden Seite schon gemacht. Irgendwie doch ein gutes Gefühl, warum auch immer. Die Nagelkapelle auf der Zeit ist zur Zeit nicht begehbar. Sonst könnte man die auch besichtigen. So, und hier kann man jetzt nochmal schön reinschauen. Wunderschön gemacht. Das ist jetzt so gesehen im Kellergewölbe. So, von hier oben der Schrein nochmal. Wie gesagt, ich bin unheimlich fasziniert von der Handwerkskunst. So, und hier geht es jetzt im Grunde in die Katakomben. Ich hoffe, man erkennt nachher was auf der Kamera. Es ist leider sehr dunkel. Ich hoffe, man erkennt jetzt hier die Grabstätten. Aber es ist wirklich schwierig mit dem Licht. So, und hier geht es jetzt wieder Richtung Ausgang aus dem Dom raus. Ich hoffe, das konnte man jetzt alles so gut wie möglich auch sehen, weil es doch meist recht dunkel war. Aber die Kamera regelt ja einiges selber noch nach. So, beim rausgehen aus dem Dom hat man nochmal schön gesehen die Figürchen hier am Rand. Also da rechts behaupte ich einfach mal, dass das Adam und Eva ist. Und auf der Seite bin ich mir nicht sicher. Ich bin ja nicht ganz so kirchenfest. Aber ansonsten unheimlich beeindruckend. Direkt wenn man raus ist hier aus dem Dom, hat man auch wieder hier durch die Gassen den Blick. Und da auf diese schönen Häuschen, auf den Nebenflügel, wo hier die Diäzöse drin ist. Echt klasse. Es ist jetzt wieder so ein schönes Gemäuer vor uns am Broisanium, wenn ich das richtig lese. Und wunderschön. Hier auch so klassisch schön mit den Bierbänken draußen. Sieht richtig einladend aus. Also das muss man schon sagen, umso mehr man so Richtung Süddeutschland kommt. Und finde ich, dass die Altstädte auch immer attraktiver werden. Ähnlich allerdings auch wie Richtung Osten. Da ist ja auch extrem viel gemacht worden. Auch hier, wenn man durch die Gasse schaut, nur einfach einmal umgedreht. Die Gaststätte hier hieß übrigens Gaststätte Kachelofen, wo gerade so schöne Bierbänke draußen standen. Hier diese kleinen Cafés, das Zuckerstück. Wenn es nicht nur 8 Grad wären, könnte man hier echt schön sitzen. Also wir sind jetzt hier in so einem ganz kleinen schnuckligen Café. Zeige ich nachher auch nochmal von draußen. Hier ist alles glutenfrei. Quiche, sämtliche Torten, die ihr da vielleicht im Hintergrund sehen könnt. Und super freundliches Personal. Der Großteil sogar auch noch vegan. Hausgemachte Limonade gibt es jetzt gleich dazu. Und eine leckere Quiche für uns zum Essen. Und so lecker sieht das Ganze aus. Zitronen, Limette, Ingwer, Limonade, hausgemacht. Und diese wunderbare Quiche dabei. Und so sieht das Ganze von außen aus. Also mahle Kaffee. Alles glutenfrei, alles vegan. Super lecker. Ein Euro teurer, als wenn man Standard ist. Aber definitiv jeden Cent wert. Nur zu empfehlen hier in Bamberg. An jeder Ecke gibt es gefühlt einen Brezelladen. Eine Braugaststätte. Und auch so richtige Clubs noch in der Stadt. Musikbars. Was ja auch immer beeindruckend ist, hier die Farbwahl. Gibt es ja alles. Von Grün über Gelb. Rot. Altrosa. Man muss hier nur offen und flexibel an das Ganze drangehen. Und so sieht das Ganze hier von innen aus. Mit den weltberühmten Glasfenstern von Markus Lüppertz. Ich sag's gleich nochmal genau wie er hieß. Da stand nämlich hier vorne. Da oben die Fenster auch nochmal schön, wie das Licht da durch scheint. Stehts auch nochmal schön, das sind Glasfenster von Markus Lüppertz. Wirkt sehr modern für die Kirche. So, hier das Ganze nennt sich Klein Venedig. Weil die auch hier das mit den ganzen Schiffern und sowas früher gemacht haben. Ich werde dazu ein Bild einfügen, wo das nochmal genau beschrieben steht. Aber wirklich wunderschön. Und einiges steht auch auf Stelzen, wie in Venedig. Jetzt hab ich die ganze Zeit durch die Gegend geguckt. Ich hoffe, ich hab richtig gefilmt und nicht nur die ganze Zeit nach unten gehalten. So, dass ihr auch was erkennen könnt. Auch hier gibt es diese Ausflugsschiffe. Und jetzt laufen wir entgegen der Flussrichtung in den Wind. Und es wird noch ein wenig frischer gefühlt. Aber mit der Aussicht immer noch ein Genuss. Und nach der leckeren Quiche gerade. Das war wirklich so das Tageshighlight bis jetzt, was das Essen angeht. Jetzt nochmal vom Nahen hier so ein Blick auf die Häuser. Und auf die Kristel. Dort vorne, das müsste dann glaube ich das Rathaus sein, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe. Aber das werden wir gleich nochmal sehen. Oder da bei der Brücke war das Rathaus. Das soll auf jeden Fall so in der Mitte gebaut sein. So, hier geht es jetzt ganz standesgemäß in staatliche Bauamt Bamberg. Die ersten Tore schließen sich schon. Also erstmal gibt es jetzt nicht ganz so viel zu sehen. Wobei das Gebäude natürlich an sich wunderschön ist, so wie da oben. Aber da vorne ist noch eine offene Tür. Mit ein bisschen Glück gibt es ja noch was. Und hier steht auch nochmal was mit der Brauerei Ausschank. Und dem passenden Recht. Dazu seit 1405. Der Blick hier in die Gasse ist ja schon wunderschön. Wenn man dann aber hier an diesem schönen Fachwerkhaus vorbeischwimmt. In die Richtung sieht man oben rechts so schöne Wandmalerei. Und zwar dort. Da geht es jetzt erstmal hin. Und so sieht es in ganzer Pracht von der Seite aus. Und wenn man dort weiter schaut mit dem Wehr und der Brücke. Dem Torbogen mit dem Balkon. Wunderschön. Zu der Seite dieses wunderschöne blaue Objekt. Einfach herrlich. Egal wo man hier hinguckt. Jetzt noch mal ein kleines Stück zurückgegangen, damit das Blau mal ganz drauf ist von dem schönen Gebäude. Der Schwenk hier über den Main. Bis dort vorne hin zu dieser großen Startuhr mit dem Gesicht. Entlang am Weinhaus Zeiss. Zu der Brücke, wo gleich der Weg als nächstes auf jeden Fall herführen wird. Was ich euch mal noch zeigen wollte, haben wir auch gerade durch Zufall wieder gesehen gehabt. Hier an der Brücke, die ist ja an sich schon ein bisschen stärker verschmutzt, erkennt man ja überall schön diese Gesichter. Und da habe ich mal einen Bericht drüber gelesen oder es gesehen, dass da jemand mit so einem Wien Hochdruckreiniger im Grunde den Schmutz dort entfernt und dadurch diese Porträts entstehen lässt. Auch eine schöne Art der Kunst. Also hier Richtung Fußgängerzone sieht man schön oben diese bunten Regenschirme, die am Himmel hängen, könnte man meinen. Schaut euch mal diese Dornenbeleuchtung an. Sieht ja ein bisschen aus wie so ein Virus, was seit kurzem immer mal wieder nervt. Dort ist das Ganze einmal beleuchtet. Und hier ist im Sommer wahrscheinlich so Wasserspiele, sag ich mal. Und dort wieder diese schönen kleinen Cafés und Restaurants. Und was auch nicht zu verachten ist, hier gibt es tatsächlich noch ein Mohrenhaus, wo ich jetzt nichts weiter zu sage, da lasst eure Gedanken bitte selber spielen. Ich finde es gut, dass es das noch so gibt. Schaut euch das mal an, wenn man so jetzt hier über die Brücke geht, auf das Tor zu mit dem Balkon, wie die verziert sind. Die tollen Malereien. Gut, hier am Rand die Kreuzigung gehört auch dazu. Ein wunderschöner Torbogen. Ein wunderschönes Gebäude. Und hier der Blick zu den Schleusen, wo gelegentlich auch die Kanuten fahren. Und im Hintergrund die Gebäude. Ja, ich schwärme nur noch. Aber das ist so eine klassische Altstadt, wie ich es unheimlich mag. Und ja, einige von euch auch, werdet ihr nachvollziehen können, dass ich hier so schwärme. Wunderbar. Genauso wie der Blick zurück in diese Gasse. So, für den aufmerksamen Beobachter, der ich jetzt gerade mal nicht war, aber nett darauf hingewiesen wurde, sind ja hier tolle Malereien. Aber da unten in der Ecke ist eine Putte und die lässt einfach mal den Fuß raushängen. Ist das nicht klasse? Schön, dass mitgeguckt wird und ich nichts übersehe. Jetzt nochmal von der anderen Seite des Torbogens der Schwenk hier so übers Wasser. Entlang dieses tollen Fachwerks hoch zu einem weiteren wunderschönen Balkon. Schaut mal hier in die Gasse. Sind alle Häuser schön, wenn auch da oben sehr sanierungsbedürftig. Aber hier dieses Kunsthaus Schlosser. Auch wieder klasse. Ich weiß von der Perspektive, wenn ich das so hoch schwenke, ist merkwürdig. Aber anders kann ich das hier gar nicht filmen. Ist einfach nicht möglich. Und der Ausflug in die anderen Kamerawelten bezüglich Actioncam. Da hatte ich ja die GoPro 11 jetzt. Das hat mich persönlich nicht überzeugt. Das war nicht meins. Deswegen habe ich die nach zwei Wochen wieder zurückgegeben. Ich bleib bei meiner Kamera. Und fertig. Schaut mal hier in der Ringleiengasse ist die Hofapotheke. Was das da oben schimmert. Hier auch nochmal ein Blick auf ein altes Apothekengebäude von der Löwenapotheke. Oder die war dort zumindest untergebracht. Noch nicht zurecht gemacht, aber trotzdem schön. Auch hier eine weitere wunderschöne Gasse. Wie gesagt, auch farblich sehr abwechslungsreich. Fachwerk muss nicht immer schwarz-weiß sein. Selbst die Polizei ist hier gut untergebracht. Zumindest optisch vom Äußerlichen des Gebäudes. Aber wir gehen jetzt nochmal hier runter Richtung Main. Was man vorhin schon von der Brücke so schön gesehen hat. Schauen wir uns jetzt mal von unten an. So, hier das Ganze nochmal aus dem anderen Blickwinkel. Diese vielen Details. Das ist echt so toll mit den Brücken. Das hat echt was. Und wenn man mal schwenkt. Das ist auch sehr schön anzuschauen. Und im Hintergrund dann wieder die anderen Fachwerkgebäude. Diese kleinen Fußbrücken hier, Fußgängerbrücken. Wie ihr sehen könnt, bin ich immer noch hier am Wasser. Weil nach jeder Ecke was Schönes ist. Selbst solche Neubauten, die hier so mitten rein gebaut wurden. Einfach weltklasse gemacht. Und das sieht aus, als wenn unter dem Haus irgendwie so eine Schleusenöffnung wäre. Hat wahrscheinlich auch alles seinen Sinn hier. Sehr schön. Also hier die öffentlichen Toiletten in Bamberg an der Touristeninformation. Steht draußen extra dran, bitte erst 50 Cent zahlen. Und der Grund ist dafür, wenn man da drinne war, zahlt man die garantiert nicht mehr. Ich zahle gerne 50 Cent für so eine saubere Toilette. Aber diese Toilette, ich habe es natürlich nicht gefilmt oder sonst was. Aber der Boden vollgepinkelt. Selbst die Toilettenbrille war dreckig. Und es roch auch sehr unangenehm. Also das ist ein Negativpunkt. Der einzige hier in Bamberg. Aber das geht gar nicht. Wenn man dafür zahlt, muss es auch in Ordnung sein. Zumindest sauber. Auch wieder diese schöne Häuschen mit dem Balkon. Da vorne, diese Brücke. Weil es mir gerade ins Auto gestochen ist, ja auch ins Auge gestochen ist, sind diese Pfähle, wo die Boote anlegen können. Sieht ähnlich aus wie in Venedig. Soll das hier wahrscheinlich nochmal ein bisschen unterstreichen mit das kleine Venedig. Eine weitere Seitenstraße hier. Die auch wieder sehr schön ist. Mit den ganzen alten Gebäuden und alten Schriftbildern. Hier geht es jetzt in die klassische Fußgängerzone, wo gerade ein Markt ist. Mit vielen frischen Sachen. Und auch dort zur linken Seite und zur rechten Seite wieder wunderschöne Gebäude zu sehen. Und hier nochmal so ein richtig schöner großer Platz. Die ganzen Denkmäler hier sind natürlich sehr religiös geprägt. Aber an sich trotzdem alles sehr schön. So, wenn man hier am Orlando vorbeikommt, sieht man jetzt die Regenschirme, die ich vorhin schon mal von der anderen Seite gefilmt habe. Aber der Flair hier mit den Gassen und diesem bunten Schirm, das ist schon schön. Und hier in der Austraße, da bin ich nämlich gerade, ist das Studentenhaus zum Schmarrn. So als Studentenhaus, schon nicht verkehrt. So, wir befinden uns jetzt hier in der Judenstraße. Auch hier wieder traumhafte Gebäude. Aber aufmerksam geworden sind wir eigentlich auf diese Gasse, wo man nach oben hin auch diese einzelnen Geländer sieht, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ich komme gerade nicht auf den Namen von diesen Steineinfassungen der Grundstücke. Wunderschön. Hier wieder so ein schönes Schmuckstück am Wasser. Ach, ein Schmuckstück, mehrere natürlich. Und hier nochmal dieser Wasserlauf. Und hier nochmal ein Blick auf eine Skulptur. Und hier gehen wir jetzt nochmal ein bisschen entlang des Mainz. Wo diese kleinen schnuckeligen Häuser sind. Und kurz danach auch mal große schnuckelige Paläste. Da trifft Moderne, ja die Antike kann man im Grunde schon fast sagen. Aber von der Atmosphäre ist das hier am Wasser. Selbst mit so einem kleinen Blechboot. Schaut mal da runter. Ist einfach herrlich. Ich habe noch gar nicht erwähnt, dass es hier bei Hierbei handelt es sich übrigens um die Villa Concordia. Und jetzt mittlerweile ist dort das Künstlerhaus untergebracht. Früher war es einfach für eine große Familie. Hier sind wir jetzt an der Schleuse vom Ludwig-Donau-Main-Kanal. Da gab es mal über 100 Stück von. Und so wie ich das verstanden habe, ist das wohl die letzte hier. Die noch existiert. Da kann man wohl gut angeln. Aber auch einfach das Ganze genießen. Und hier geht es jetzt in den Bürgerpark Bamberg-Hain. Auch wieder da mit tollen Grundstücken direkt am Wasser. Mit Bootsanleger, kleinen Stromschnellen. Echt ein super schickes Städtchen. Aber wir befinden uns ja jetzt gerade schon so mehr oder weniger auf dem Rückweg. Daher würde ich sagen, das war es mal wieder. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und ich konnte euch Bamberg, zumindest jetzt hier so was die Altstadt angeht, so ein bisschen näher bringen und hoffe, dass die ein oder andere Aufnahme auch ganz schön geworden ist. Also macht's gut. Mit Blick auf den Main, euer Markus.